Hallo meine Freunde, weiter geht's mit Minecraft Wasserpalast. Ich habe den Wasserpalast einmal so einigermaßen umgebaut, einmal grob, Feinschliff kommt später. Jetzt werden wir den Wasserpalast als Feuertempel der nächsten umbauen. Tja, das heißt, das Ganze wieder von vorn trocken liegen und umbauen. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.